Ja, servus und herzlich willkommen bei Feta.fp und ihr seht es schon wieder, heute ist wieder Montag und da ist wieder ADW angesagt und ich spiele wieder mit iCreep und wir haben hier das super game namens Time of Dragons oder so, so eine Art Flugsimulator nur mit Drachen und Zukunftsdrachen und hässlich. Ja, ist doch wahr. Es ist halt hässlich. Obwohl ich das auf höchste Grafik eingestellt habe. So, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal mitten ins Spiel. Ja, dann schreien wir. Oh, da ist doch noch ein Typ dabei. Ja, da ist doch einer dabei. Der ist Level 5. Ja, wow. Geil. iCreep, ich seh dich. Komm. Tröp, Öven. Ach nee, wir gehen zusammen auf den, würde ich sagen. Okay. Das ist... Au, das bin ich, du Mixer. Das bin ich, du Krüppel. Aaaaaaah. Öven mit Gebrüll. Tröpf. Oho. Au, au, au. Durch beiden, das ist ein Feuer. Boom, boom, boom. Calm down. Okay, dann... Okay, wir dran. Oder? Ja. Okay, Moment. Und Feuer. Boom, boom, boom. Boom, boom. So Treffen und sieben, wenn wir beide die ganze Zeit einladen, so ein Kreis... Alter, die haben auch Wendekreis wie so ein Panzer, ey. Boom, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Halt dich getötet? Okay. Ja. Anscheinend schon. Oder der. Cheater. Was macht der denn da? Oh, er hat mich getötet. Er kann sich irgendwie transformieren oder irgendwas, ich habe keine Ahnung was er da macht. Er cheatet wahrscheinlich. Ja genau, er cheatet. Aber wie oft er den Scheiß hat. Guck wie oft er das hat, der Mülleimer. Mülleimer. Ah, ich habe ihn gekillt mit Flammenwerver. Ich bin Flammenwerver. Ah, ah, geh weg. Aua, aua. Hör, öff. Hör, öff. Au, 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 au. Da hinten auch noch einer. Och, der mit seinem Scheiß Leertasten gespammelt. Ach, Mann, ich sterb alt. Wie oft kann der Scheiß, der Basti das? Ist auch mega laut. Guck mal eins die ganze Zeit. Wieso ist das? Mach das. Einfach mal. Einfach die ganze Zeit spammen. Moment. Oh. Ich habe mich getötet mit Flammenwerver wieder. Oh. Ich habe mich getötet mit Flammenwerver wieder. Einen saß auch ein gewisse hier, nice. Jajaja. Habe ich auch gerade gedacht. Eheh. 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 Alter, ist das ein Scheiß-Spiel. Die Sound-Effekte sind 10 mal lauter als das Spiel selbst. Oh, kann der mal aufhören mit dieser Scheiße da. Oh, der Krüppel, Alter. Ey, das nervt so hart. Das ist eine Sound-Kulisse. Oh, toll. Wo ist jetzt wieder der Spast? Wo ist denn der? Oh, da. Oh, du Wichser, Alter. Was sind denn das so komische Fledermäuse da? Das ist nervvoll. Das ist so nervig. Das ist auch nur das Amtmachen. Hör mal auf, auf mich zu gehen. Den kriegt man, den krieg ich hier nicht down. Aber die ganze Zeit, der hat das Spam. Oh, nö. Au. Auf bist du. Diese Sound-Effekte von dem Spiel. Ich muss das Scam mal doch ein bisschen leiser machen. Das ist einfach viel zu laut. Und das tut einfach richtig in den Ohren. Jetzt schon wieder... Wow, wieviel Schaden macht denn der? Lächerlich. Immer noch, nee, der hat einen anderen Kassel diesmal. Ja. Ja. Hallo. Au, ich hab grad... Wow, gratulation, Level, now, Level 2. Alter, wieviel Ding haben wir mal freigeschaltet, ey. Ja. Okay, hm. After, Lotto. So, muss ich mal Spast schreiben, hier. Ja, genau. Sehe ich auch so. Gut. Ich glaub, das reicht auch, um zu zeigen, dass das Game einfach der größte Rotz ist. Und, ähm... Jo. Halt's rein. Und... Bis zum nächsten... Okay. Okay, okay, ich bin raus. Alles klar. Ähm... Bis zum nächsten Montag mit dem nächsten Kack-Game. Ach, wir machen noch ein Case-Opening. Moment. Das ist noch ein Case-Opening. Case-Opening. Ich bin so da. Was ist das hier? You received Floating Darkness. Geil. Okay, das... Äh... Hello Darkness, my old friend. Ja, das zeigt mir schon wieder, dass ich keine Ahnung hab. Gut, also... Was? Gratulation, it's a skin for your dragon. Try it on. Nein. Ja, von mir aus. Mach. Mach. Hat das überhaupt dran? Ach, egal. Ist mir egal. Haut rein. Viel Spaß. Und bis zum nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.